Wie ist denn los daig? Bustern, Eile, Karriere. Das wäre mir auch komisch, wenn ich bei dieser Erdkunde nicht auch hochkriege. Dann kommt es aus und holt es heute. Also tut man den ohne Schalk an. Und benutzt man den Schalk dann wieder. Ja, Recycling. Das ist ein Restproblem, was man vielleicht noch mal gibt. Ja, finde auch. Ich glaube auch so ein Wappel, den ich sage. Das könnte man schon machen. Echt? Alles, was sie jetzt sagt, könnte die nur verwendet werden. Alles aufgenommen. Oh, jetzt bin ich nur verwurzelt. Mal weiter gestehen. Gibt es denn so ein Wappel, den sie sagt? Doch, nicht so. Also es ist halt kein Stück gebraucht, aber die sind auch teurer, nicht so ein Wappel. Das ist halt nicht so ein Wappel. Das ist halt nicht so ein Wappel. Das ist halt nicht so ein Wappel.